Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute ist Mittwoch, 13.11.2013, hier die Stimme ist immer noch angekratzt, aber auf dem Weg der Besserung. Schauen wir uns heute mal einen ganz spannenden Markt an, nämlich Gold. Am Wochenende war die Edelmetallmesse und wie Sie wissen, ist auf der Edelmetallmesse, das ist eigentlich so eine Art Gesund-Beta-Veranstaltung, denn keiner will es wahrhaben, dass Gold in einem Abwärts-Trend, das vielleicht sogar in einem Bärenmarkt ist. Und jeder versucht also den Boden herbeizureden, was natürlich im gewissen Sinne klar ist, weil einfach der Berufsoptimismus, der Zweckoptimismus dazugehört. Aber es ist sicherlich keine Veranstaltung, um sich ein differenziertes Bild über den Goldpreis zu machen. Ich versuche das heute mal mit einem Chart. Man sieht hier den Goldpreis etwas längerfristig, also gut ein Jahr, zurückblickend jetzt. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man stabiler, gefestigter Abwärtstrend. Und 200-Tage-Linie, die ist hier, die fällt. Und es gibt keinen Grund auch im Moment an eine Trendwende zu glauben, denn einfach diese Linie, die ist einfach jetzt nach unten gehen und die drückt die Preise natürlich. Jetzt haben wir die letzten Tage beim Gold wieder so eine interessante Konstellation gesehen. Wir haben hier die Rally gesehen bis zum Ende August hinein, Abwärtstrend. Jetzt haben wir wieder eine kurze Erholung gesehen im Zuge der QE, also dieses No-Tapering-Gequatsche. Und jetzt haben wir schon wieder diese Gewinne nahezu alle abgegeben. Sind hier gestern bei 12,60 gewesen und haben jetzt dieses Tief im Bereich 12, ja, roundabout 60 vor der Brust. Und man sieht auch hier diese Aufwärtstrendlinie, diese flache Aufwärtstrendlinie von diesem absteigenden Dreieck, was ich hier mal eingezeichnet habe. Und da wird es jetzt entscheidend und da wird es jetzt kritisch, denn wenn man sich die Indikator-Konstellation mal anschaut, der hier, mein Oszillator und hier mein zweiter Oszillator, die sind sicherlich negativ, nicht negativ, Entschuldigung, die sind überverkauft. Aber, was jetzt noch viel wichtiger ist, mein Trend-Dynamik-Messer, der ADX, der ist auf dem Weg nach oben. Und das bedeutet, dass in diesem Trend eine gewisse, ja, einfache Dynamik steckt, eine gewisse Persistenz steckt. Und das spricht schon dafür, dass der Markt hier runter rutscht unter diese 12,60. Wenn man auch hier meinen Trend-Indikator sieht, man sieht hier, da hat uns schön Abwärtstrend angezeigt. Wir sind jetzt auf einem Niveau, was zwar zuletzt immer wieder Trendwenden mit sich gebracht hat, naja, hier nicht ganz, aber zumindest mal hier. Aber wenn man sich die letzten Male mal anschaut, hier und hier und hier, da war dieser Indikator noch tiefer. Also jetzt sind wir bei minus 23, aber hier war er zum Beispiel bei minus 54 oder hier war er bei minus 40 oder auch hier war er bei minus 30. Also da ist noch ein bisschen Platz, da sind wir jetzt nicht in der Extremzone von der Trend-Dynamik hier. Also dass ich mir schon vorstellen kann, dass der Goldpreis unter diese 12,60 rutscht und dann, naja, dann haben wir eigentlich die 11,88 wieder vor der Brust. Und wenn man sich das anschaut, dann haben wir eigentlich ohne Probleme, wenn man jetzt hier ein Kursziel ermittelt, dann haben wir ohne Probleme Kursziel davon. Und Sie sehen es selber 11,85, das ist das T4, aber auch drunter 11,44. Naja, und Sie wissen, je näher man da kommt, hier steht sogar was mit 1.000, 1.079. Je näher man kommt, umso näher kommt auch dann die 1.000. Also die Bewegung, in der wir jetzt sind, würde ich jetzt mal meinen, wenn wir hier runter gehen, unter diese 12,50, dann könnte das schon passieren, dass wir gegen Jahresende oder spätestens Anfang nächsten Jahres dann dreistellig sind im Gold. Also die Bewegung, in der wir jetzt sind, gibt es auf jeden Fall her. Ja, wenn man sich jetzt mal die Saisonalität anschaut im Gold, dann sieht man, das war es ja nicht, aber das ist ja, dann sieht man, dass wir vom Prinzip her noch in dieser aktuellen, dieser Joppy-Phase hier sind. Hier das Tief haben wir ja ganz gut erwischt mit der Saisonalität hier und auch hier die letzten drei Male, aber jetzt sind wir in dieser volatilen Phase hier. Und diese volatile Phase hält noch an bis Minimum kurz vor Weihnachten, also im Dezember 2013, da haben wir wieder diesen saisonalen Boost, der dann tatsächlich vier, sechs Wochen nach oben zeigt. Aber bis dahin können wir schon fallen von der Saisonalität her, das ist die blaue, die Saisonalitätslinie. Wenn wir hier unten Tiefs haben, dann haben wir normalerweise gute Kaufzeitpunkte im Gold, wenn wir Hochs haben, dann ist es eher nicht so gut, Gold zu besitzen. Und jetzt im Moment sind wir hier in dieser Phase und diese Phase ist gekennzeichnet durch ein hektisches Auf und Ab, aber die eigentliche Rallye-Phase kommt erst wieder hier im, naja, Sie sehen es selber, Anfang oder Mitte, besser gesagt Dezember, nicht letztes Jahr. Was war Mitte Dezember? Da war nichts mit der Rallye-Phase, da haben wir die Rallye-Phase nicht genutzt das Jahr davor, hier, da haben wir die Rallye-Phase dann tatsächlich genutzt. Also das wird nochmal eine spannende Sache auf jeden Fall, was Sie jetzt gesehen haben. Preislich sind wir in einem Bereich, wo es weiter nach unten gehen kann, aber auch von der Züglich, von der Saisonalität kann es weiter nach unten gehen. Deshalb meiner Meinung nach im Gold, man bleibt short, man geht short, wenn diese 12,50 fallen, aber man geht jetzt nicht kontrarianmäßig auf die Long-Seite, weil dazu die Risiken nach unten zu hoch sind, insbesondere gibt es keinerlei Anzeichen einer Trendwende. Auch wenn man sich jetzt die mittelfristigen Indikaturen anschaut, hier nochmal mein Trendfolgeindikator, den ich in meinem Webinar mal vorgestellt habe, wenn der braun ist, also immer im Abwärtstrend, Sie sehen, er hat hier seinen Exit verlassen, seinen Abwärtstrend verlassen, waren ein paar Wochen lang im schwarzen Bereich, im grünen, also im neutralen Bereich, hier wieder Abwärtstrend und jetzt auch wieder umgeswitcht auf Abwärtstrend. Also hier, dieser Balken ist braun. Also insofern, es gibt im Moment wenig Anlass zum Optimismus, zumindest mal zum übertriebenen Optimismus, wenn es um den Goldpreis geht. Heute Abend, 18 Uhr bis 19 Uhr, Webinar Profitable Chart Patterns. Es geht um Outside Bars und um Inside Bars und wie man mit diesen beiden Patterns eigentlich ganz gutes Geld verdienen, wird Ihnen ein paar interessante Patterns zeigen für DAX, aber auch für Währungsmärkte und freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Infos finden Sie auf dem Blog. Bis dann, alles Gute, spätestens bis morgen. Ihr Heiko Seibel, tschüss.